Kein Mensch fliegt freiwillig. Aber ganz freiwillig können wir uns entscheiden, diesen Menschen in Not zu helfen. Keiner von uns kann das politische Problem lösen. Aber deshalb ist man als Einzelner sicherlich nicht ganz ohnmächtig. Wichtige Hilfe leistet schon seit längerem die Flüchtlingsorganisation der UNO. Wir sind hier in Maikau und Kolumbien an der venezolanischen Grenze. Liebe Unterstützer der UNO Flüchtlingshilfe. Ich bin jetzt in Sad Nile in Libanon. Wenn Sie sich schon immer mal gefragt haben, wo Ihr Geld eigentlich hingeht. Noi siamo qui. Trying to do our best. To provide families with safe shelters. Comida, Medicina. Ajuda, Proteção. We all should be part of it. Unsere Motivation seit 40 Jahren. This is about the refugees. So that's enough. Yeah, that's what keeps us here. Jedes Zelt, das wir hier aufbauen, jede Unterstützung schenkt Flüchtlingenschutz. Wir aus Deutschland. Für Flüchtlinge weltweit. Gemeinsam schenken wir Schutz. Nein, nein! 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 Vielen Dank.